Das ist ein schlechtes Wetter, es regnet und stirbt und schneit. Ich sitze am Fenster und schaue hinaus in die Dunkelheit. Da schimmert ein heilsames Lichtchen, das wandelt langsam fort. Ein Mütterchen mit dem Laternchen wankt über die Straße dort. Ich glaube, Mehl und Eier und Mutter kauft sie ein. Sie will einen Kuchen machen, aus großer Töchterlein. Sie liegt zu Hause im Windstuhl und blitzert schnell, vergiss nicht. Sie liegt zu Hause im Windstuhl und blitzert schnell, vergiss nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017